der schönste esstisch von wenn jakob heißt 561 ara willkommen und das meine ich ehrlich weil es einfach hier ein wunderschöner gestalt hat design hat die platte ist ganz klar aber auch der fuß mit dieser stahlplatte unten einem eichenfuß der auf die eine seite hochgeht unter metallwange wo viel platz lässt für ihre bank und natürlich der auszug ist exzellent ein meter auszug spielend leicht brauche ich gar nicht sagen dann hat es hier noch verschlüsse hier unten verschlüsse 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 die kann ich dann verschließen und dann ist der tisch absolut stabil machen wir hier die schöne lilies weg damit sie auch den tischfuß sehen schauen mal ob man das sieht dann kann ich jawohl sie sehen dass also wirklich wunderbar gestaltet eine platte in eiche rustico hell geölt was will man mehr hier eine schöne bank und ein paar schöne schüler dazu und sie haben einen super tisch und es geht natürlich auch spielend einfach wieder zurück zack ich schiebe das hier etwas vor noch ein kleines bisschen und dann hat es hier diesen ledergriff zack die platte kommt der fuß bleibt stehen was wollen sie mehr stühle wieder dran alles klar wunderbar wir haben ein schnäppchen bekommen nämlich dieses hier von wenn jakob haus messe stück 1750 euro plus frachtkosten profischnap.de ihr online outlet für marken zu verbedankt sich bis zum nächsten mal ihr lutz reinhard von profischnap.de